Warum sind die Superhelden so nervös? Der Security ist verschwunden. Und wir kommen nicht rein. Aber der Film beginnt in 5 Minuten. Beruhigt euch. Ich hab den Infinity Handschuh. Hey, gib ihn mir. Ich weiß, was ich tun muss. Und hier ist er. Der neue und verbesserte Security. Gib mir den Handschuh. Und wir kommen im Kino. Catwoman isst Popcorn aus einer Schüssel. Deadpool nimmt seine Maske ab. Und Supergirl geht durch Wände. Schaut euch Wuhus neues Video über Superhelden im Kino an. Wow, die Ticketschlange ist so lang. Mr. Fantastic will nicht warten. Gut, dass ich einfach meinen Arm ausstrecken kann. Ich nehm mein Ticket, bitte. Hey Mann, das ist echt unverschämt. Danke. Kein Popcorn mehr. Kein Problem. Der Becher des Käpt'n ist voll. Ich leih mir einfach welches aus, okay? Viel Spaß, Supergirl. Es ist Familientag im Kino. Dad, ich hol das Popcorn. Hier ist unsere Reservierung. Hier ist das Ticket für das Kind. Was ist das im Kinderwagen? Nichts Verbotenes? Nein, das ist unser Jüngster. Jack Jack. Sorry, er rülpst Feuer. Wir müssen los. Oh, was ist das? Ich fliege. Oh nein. Jack Jack, nicht schon wieder. Ja. Ihr könnt durch. Bitte. Und keine Tricks mehr. Verstanden? Supergirl will ohne Ticket ins Kino gehen. Nicht unter meiner Aufsicht. Du weißt nicht, mit wem du es zu tun hast. Keine Wände können Supergirl aufhalten. Ich kann auch ohne Ticket ins Kino gehen. Warte, Deadpool. Ich muss dein Gesicht sehen, bevor ich dich reinlassen kann. Maske runter. Was soll das? Spider-Man? Wer versteckt sich darunter? Ryan? Und jetzt? Wieder Deadpool? Okay. Sieht so aus, als ob es dein echtes Gesicht ist. Der strenge Security kontrolliert mal wieder die Gäste. Wie können wir unsere Kinderüberraschung mit reinnehmen? Ich habe eine Idee. Du wirfst das Ei. Und ich schlag mit dem Hammer drauf. Wie beim Baseball. Das war wohl nichts. Der Security hat das Kinderüberraschungsei mit dem Infinity-Handschuh gefangen. Oh, ein Geschenk der Götter. Das behalte ich. Danke. Hallo Security. Du bist so stark. Ich finde es voll cool, dass du hier arbeitest. Weißt du, du solltest deinen eigenen Film haben. Während die Woman in Black den Security ablenkt, gehen die ganzen Kollegen ins Kino. Hey Außerirdische, wo wollt ihr hin? Keine Sorge. Du wirst gleich alles vergessen. Was willst du haben, Spider-Man? Popcorn und Cola? Das Übliche? Hier. Und was willst du? Popcorn bitte. Oh, wir haben kein Popcorn mehr. Aber Superman kann helfen. Nämlich mit deinem Laserblick. Hier ist frisches, heißes Popcorn für dich. Guten Appetit. Geh durch. Kann ich dein Ticket sehen? Viel Spaß. Du kannst auch durch. Oh, ich bin dran. Der Superheld ist hier. Wo ist dein Ticket, Deadpool? Ticket? Oh, ich habe es in meinem anderen Anzug gelassen. Aber ich habe noch etwas Besseres. Sag Hallo zu meinem kleinen Freund. Du lässt uns doch rein, oder? Ha, das sind nur Seifenblasen. Ich bin heute mal ein netter Kerl. Die Schlange ist so lang. Und der Flash will nicht mehr warten. Hey, was war das? Ein Mini-Tornado? Geh durch, Batman. Oh, schau mal, wie süß. Black Canary schlief ein, sobald sie mit einem Umhang bedeckt wurde. Gegen natürliche Instinkte kann man nicht dann kämpfen. Okay, ich gehe jetzt rein. Hallo, aufwachen. Der Film hat bereits angefangen. Okay. Süße Träume, Black Canary. Danke, komm bald wieder. Hallo, Catwoman. Was hättest du gerne? Ein Becher Popcorn? Ich habe meinen eigenen Behälter mitgebracht. Leg mein Popcorn genau hier rein. Danke. Und etwas Milch. Geht aufs Haus. Viel Spaß beim Film. Geht durch, Helm. Hi, Batman. Wo ist dein Ticket? Weißt du nicht, wer ich bin? Ich bin Batman höchstpersönlich. Das werden wir ja sehen. Ich wusste es. Fledermäuse schlafen verkehrt herum. Süße Träume hält. Natürliche Instinkte gewinnen immer. Los, geh durch. Black Canary hat kein Ticket. Aber sie hat eine tolle Stimme. Aber ein Film mit Black Canary zu sehen, ist auch gefährlich. Oh nein, sie ist zu laut. Unsere Ohren sind so empfindlich. Hey, leise kleines Vögelchen. Komm mit mir. Ich habe einen schalldichten Platz für dich. Puh, danke Security. Hi, hier ist mein Ticket. Hey, Superman. Was ist das? Mein Logo. Wusstest du das etwa nicht? Bist du sicher? Okay, geh durch. Dieser Security ist so naiv. Probier mal meine Superpizza, Supergirl. Da sind deine Lieblingszutaten drauf. Entschuldigung, Entschuldigung. Wer braucht Popcorn, wenn man frisches Katzenfutter hat? Eeeh, hier drin riecht es nach verfaultem Thunfisch. Hat Aquaman wieder vergessen zu duschen? Wollt ihr was abhaben, Leute? Willst du was abhaben? Okay, daneben nicht. Hey, kann ich dein Ticket sehen? Hier, ich liebe den Avengers-Soundtrack. Du nicht auch? Oh ja. Dieser Soundtrack ist der Hammer. Ups. Nein, bleib hier. Das wollte ich nicht. Ich vergesse immer, dass ich nicht mit den Fingern schnippen sollte, wenn ich diesen Infinity-Handschuh trage. Vielleicht zahlt niemals für ein Ticket. Ist wieder jemand ins Kino gelaufen? Ich werde diesen Regelbrecher auf jeden Fall erwischen. Wo ist mein Popcorn? Wo versteckt er sich? Ich brauche etwas Licht. Oh, Licht. Jetzt habe ich dich. Katzen sind so verspielt. Dieser Security ist der strengste. Dann wird er endlich gefeuert. Hey, Leute. Habt ihr das hier schon probiert? Nebenan gibt es das beste Schawarma. Guten Appetit. Wie fandet ihr unsere Superhelden im Kino? Schreibt uns, mit welchem Superhelden ihr gerne ins Kino gehen würdet. Vergesst nicht, Wuhu zu abonnieren. Und drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Wir freuen uns.